Stefan Plötz, auch dir danke für die Donation, mein Lieber. Servus Caro, denkst du Dent wird sein All-Time-High erreichen? Letztes Mal warst etwas skeptisch wegen Dent. Schafft Tron15x, liebe Grüße aus Brechtesgarten. Ach, Quatsch, mein Lieber, du hast dir aber auch eine Ecke ausgesucht, wo du leben kannst. Ja, ist eine schöne Ecke. Dent, auch Tron, das sind nur Preistargets, die wir uns immer setzen, Leute. Versteht das nicht immer falsch. Ich glaube, einige Menschen denken, da muss das jetzt erreichen. Ich meine jetzt nicht dich speziell, aber ich merke das bei vielen Leuten, die dann denken, die sich die Preistargets angucken und denken sich, das muss der jetzt erreichen. Der muss gar nichts. Sagen wir es mal so. Die Charts müssen rein gar nichts tun. Das ist das, was uns die Charts sagen, was uns die Daten aus der Vergangenheit sagen, wohin es gehen kann. Ob es das wirklich tut, ist eine ganz andere Geschichte. Eine ganz andere Geschichte. Und wie ich jedes Mal bei jedem Stream wiederhole, Bitcoin wird uns verraten, wie hoch die Altcoins gehen. Wir müssen auf Bitcoin schauen, was ich jedes Mal mache. Aber ich weiß nicht, wie ich es sonst noch erklären soll, dass es ein Rotationssystem ist oder Prinzip. Bitcoin steigt, das Geld fließt in die Altcoins. Und so wie ich es im Video auch heute erklärt habe, wenn bestimmte Indikatoren getriggert werden, dann heißt das für uns, dass wir rausgehen. Ob der Markt danach noch weiter steigt, weiß ich nicht. Kann sein. Aber das sind so Zeichen für uns, wo wir uns dann sagen, wir holen uns jetzt sicher unsere Gewinne raus. Und Tron, bei Tron haben wir ein Preistarget von 1,24 Dollar, glaube ich, TRX. Ja, 1,24 Dollar ist unser Preistarget. 1,24 Dollar halte ich für sehr, sehr realistisch. Wer mag, was ihr hier seht, liked den Channel, Leute. Liked den Stream. Abonniert uns, wenn ihr tägliche News zu Kryptos, Krypto News und Hintergrundwissen zu Altcoins haben möchtet. Ich glaube, dann seid ihr nicht schlecht bei uns beraten.